Hi, ich bin Stefan und ich investiere seit 20 Jahren in günstige Aktien von guten Unternehmen. Das heißt, ich versuche hier unten diese Tiefpunkte abzupassen und ja, das ist so im Wesentlichen das, was ich mache. Und ganz wichtiger Prozess, wenn man Investor ist, ist natürlich, dass man versucht, immer besser zu werden. Und in dem Video will ich dir jetzt einmal meine aktuellsten Überlegungen präsentieren. Ich will dir schon mal so eine kleine Vorschau auf das geben, was wahrscheinlich demnächst noch hier in den Aktienanalysen zusätzlich passieren wird. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden, das Tempo einer Aktie zu messen, beziehungsweise die Bewegungsgeschwindigkeit. Weil wir haben ja im Endeffekt, wenn du dir das einfach mal so anschaust, lass uns einmal hier in so einen Prozess reinschauen. Wenn wir versuchen, hier so einen Tiefpunkt abzupassen, dann gibt es halt häufig so eine längere Phase, die irgendwie, ich sage mal, so relativ träge ist. Ja, wo wir so einen glatten Boden haben. Also im Endeffekt würde ich sagen, praktischerweise kann man zwei Arten von Böden unterscheiden. Wir haben einmal welche, die sind so v-förmig und dann haben wir welche, die sind so u-förmig. Und hier hätten wir jetzt mal einen als Beispiel, der so u-förmig ist. Und wenn wir jetzt dann so einen Aufwärtstrend haben, dann gibt es immer so Phasen, wo es so stark nach oben geht. Dann gibt es so Erholungsphasen und dann gibt es wieder so Tempophasen, wo es so nach oben geht. Und meine Überlegung war jetzt halt, dass man sicherlich mal gucken sollte, wie man dieses Tempo vielleicht bestimmen kann, um dann vielleicht daraus noch weitere Rückschlüsse zu ziehen. Weil du siehst ja hier, das Tempo, das zieht an, zieht an, zieht an, zieht an, ist dann hier so maximal und dann flacht es wieder ab. Und man könnte natürlich dieses Abflachen dann auch wieder nutzen, um jetzt zum Beispiel ein Verkaufssignal oder ähnliches zu generieren. So, ich habe jetzt verschiedene Sachen ausprobiert. Ich bin jetzt im Endeffekt bei zwei Sachen hängen geblieben. Das ist einmal der Standardabweichung, die siehst du jetzt hier. Die Standardabweichung, die misst einfach das Tempo oder die Schwankungen, die wir gerade in dieser Zeiteinheit haben, bei mir jetzt gerade auf Tagesbasis. Ja, und dann sieht man halt, es gibt hier so Hochpunkte. Ja, dieser Hochpunkt ist jetzt vor allem entstanden hier durch diesen Drop am Ende. Ja, und das war jetzt dann so eine Möglichkeit und dann brach hier die Volatilität runter und war dann jetzt hier irgendwie an dem Tiefpunkt. Du siehst, wir haben ja so einen kleinen Huckel an dem Tiefpunkt. Aber wir sehen schon, es ist eine relativ geringe Volatilität und dadurch hätte man natürlich ein relativ geringes Risiko, dass einem das Ganze wieder abschmiert. So, ist das wirklich immer dann ein geringes Risiko? Nein, natürlich nicht. Gleiche Stelle, siehst du auch sehr schön. Wir hatten jetzt ja hier über Nacht diesen relativ starken Abfall von 8,7%. Ja, das heißt, wenn du hier einen knappen Stop drunter gesetzt hättest, hättest du auf jeden Fall so deine Probleme gehabt an der Stelle. So, also Standardabweichung misst auf jeden Fall schon mal, wie stark bewegt sich das Ganze halt über einen gewissen Zeitraum. Und das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. So, im Vergleich dazu, ich mache mal ein bisschen hier Platz, habe ich noch einen zweiten Indikator genommen. Das ist jetzt das Momentum, was ich noch versehen habe. Du siehst es hier mit so ein paar Sondermomenten und Sondersignalen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Variante, glaube ich, die durchaus ganz interessant und ganz spannend ist. So, erstmal gibt es Ähnlichkeiten und Unterschiede. Jetzt zwischen dem Tempo 2, habe ich das genannt, und Tempo 1, also hier Standardabweichung und Momentum. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar Gemeinsamkeiten. Wir sehen hier, wir haben hier so Huckel und diese Huckel sind quasi an den gleichen Stellen. Also hier hast du quasi einen Huckel und hier unten ist einer. Dann kommt hier wieder einer, hier ist einer. Hier siehst du es auch sehr schön, hier ist ein Huckel und da ist ein Huckel. So, dann haben wir hier so einen Huckel, der ist hier so ein bisschen kleiner in der Standardabweichung. Aber du siehst schon im Großen und Ganzen, messen die ungefähr das Gleiche. Der Unterschied ist jetzt halt, dass wir hier oben in unserem Momentum auch noch die Richtung angegeben haben. Und das macht es durchaus ganz interessant, meiner Meinung nach. Ja, das heißt, wir können halt sehen, okay, wir haben jetzt hier so ein Momentum, was sich irgendwie aufbaut, 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 aufbaut. Und dann baut sich das wieder ab, bis wir hier sogar in so ein Abwärtsmomentum rutschen. Bis hier ungefähr, dann kommt ein kleines Aufwärtsmomentum, wieder ein Abwärtsmomentum und wieder ein Aufwärtsmomentum. Und du siehst schon, wenn man jetzt das Ende von so einem Abwärtsmomentum zum Beispiel nutzt für einen Einstieg, ist man schon mal gar nicht mal so verkehrt. Also das Problem ist natürlich, dass man auch sowas hier hat. Ich meine, hier siehst du es, hier ist ein Ende, da ist ein Ende, da sind wir nicht ganz runtergekommen. Aber hier wäre auf jeden Fall eins, was man sicherlich als Ende identifizieren würde. Und hier, das heißt, die kommen schon relativ oft vor. Jetzt kann man die natürlich noch ein bisschen träger einstellen und muss sich jetzt überlegen, wie man damit irgendwie umgeht. Ich habe mir jetzt versucht zu helfen, hier mit diesen blauen Signalen, die ich da jetzt noch zusätzlich reingebastelt habe. Und hier diese gelbe Signallinie. Ich habe jetzt hier mal im Tempo 2 die Signale rausgenommen. Und jetzt sehen wir hier, in gelb haben wir halt diese Signallinie da drin. Und ich habe damit halt schon sehr gute Erfahrungen gemacht, hier bei meinem mittelfristigen Trendindikator. Und der macht schon sowas ähnliches. Du siehst auch, dass mein mittelfristiger Trendindikator sowas ähnliches abbildet, wie hier das Momentum. Nicht ganz, also du siehst, es gibt schon eindeutige Unterschiede. Jetzt hier zum Beispiel haben wir hier halt eine eindeutige Abwärtsbewegung erst, wo das dann hier runter geht, während das hier schon ziemlich dramatisch aussieht. Also das überinterpretiert die Situation meiner Meinung nach so ein bisschen, das Momentum. Aber ändert nichts daran, dass ich halt mit dieser Signallinie ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Nämlich in dem Sinne, dass ich dann immer darauf gucke, hey, wann schneidet denn diese Linie das entsprechende Momentum. Also so hätten wir jetzt hier zum Beispiel so einen Schnittpunkt nach dem Tiefpunkt. Also jetzt hier, wo das Momentum wieder nach oben zieht, von unten nach oben, hier durch diese Signallinie durch. Und das wäre halt ein sehr, sehr schöner Einstieg. Und man hätte dann auch nochmal andere Momente. Also hier wäre auch noch so ein Moment gewesen, wäre auch sehr schön. Und hier wäre der nächste Moment, der auch wirklich ein prima Zeitpunkt wäre. Das muss man natürlich dazu sagen, jetzt in so einer Abwärtsbewegung gäbe es natürlich regelmäßig solche Momente. Also man muss dann immer sowas natürlich noch kombinieren mit anderen Signalen. Aber jetzt hier zum Beispiel dort und dort und dort und dort wären jeweils auch das gleiche Signal gewesen. Dort und hier auch. Das heißt, du siehst schon, man kriegt immer wieder so Momente. Aber wenn man jetzt sagt, hey, jetzt gerade will ich hier reingehen, dann könnte man das halt wirklich einmal nutzen, zu sagen, hey, okay, ich glaube, dass das jetzt hier so ein extremer Drop nochmal kurz am Ende von der Abwärtsbewegung war. Und dann geht man da rein. Und das ist, denke ich, durchaus ganz spannend. Und es hilft uns auch so ein bisschen, so ganz langfristige Aufwärtstrends besser zu verstehen. Und das war der Hauptgrund, warum ich jetzt so ein bisschen hier in diese Temporichtung halt gehen wollte. Weil ich aktuell so kurze Swings, sowas hier, das kriege ich super abgebildet in meinem System. So langfristige Swings, das kriege ich auch hin, aber noch nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Und da sehe ich einfach noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Und das ist jetzt gerade ein Ansatz, den ich momentan sehe, dass ich damit eventuell schaffen könnte, diese Aufwärtstrends noch besser zu verstehen. So, wie könnte man das jetzt besser verstehen und wozu könnte man das nutzen? Also zum einen könnte man versuchen, ein Trendfolgesystem damit zu bauen. Also wir haben jetzt halt hier immer so Phasen, ich sage mal, wo es tendenziell rauf geht, wie jetzt die Phase bis hier. Dann haben wir hier unten, dann entwickelt sich hier so ein negatives Tempo. Und hier wäre jetzt wieder so ein Ausbruch aus dem negativen Tempo. Und dann könnte man halt in so einem Aufwärtstrend, zum Beispiel hier in diesen Phasen, könnte man versuchen, immer wieder mal nachzukaufen. In manchen Fällen wäre das dann eine gute Idee, in anderen Momenten wäre das halt eher eine schlechte Idee. Aber man sieht halt schon, okay, wir haben hier eine schöne Aufwärtsphase und dann bildete sich eine Abwärtsphase aus. Das wäre immer so der Moment, oh, vorsichtig, ziehe eventuell dann einen Stopp nach. Aber wenn die dann sich wieder auflöst, die Abwärtsphase und ich würde halt jetzt hier diesen Schnittpunkt halt nehmen dafür, dann könnte man halt eventuell davon ausgehen, hey, okay, der Trend, der geht jetzt weiter. Dann hätte man hier wieder so einen Moment, hier unten, oh, pass auf, hier, zieh mal deinen Stopp nach. Und wenn es dann hier wieder hochzieht, könnte man sagen, jo, alles klar, sieht erstmal wieder safe aus. Und hier dann auch und hier halt, oh, die Abwärtsphase scheint vorbei zu sein, man könnte eventuell wieder nachkaufen. Du siehst schon, das funktioniert relativ gut. Man weiß natürlich immer nicht vorher, wie stark jetzt diese Rücksetzerbewegung sein wird und du weißt auch nicht, wie stark die Aufwärtsbewegung sein wird. Aber, was du damit schaffen könntest, wäre halt, dir regelmäßig die Positionsgröße zu erhöhen, solange dein Trend läuft. Das ist ja eine Strategie, die viele machen. Ich muss sagen, ich habe das noch nie so richtig verstanden, was so die Idee dahinter ist. Ich kann das ja mal versuchen, so ein bisschen vielleicht zu beleuchten an der Stelle. Also, ich kaufe normalerweise immer im Tiefpunkt meine gesamte Position und die lasse ich dann laufen und baue sie mit der Zeit ab, wenn der Trend nach oben läuft. So, was habe ich dadurch? Problem ist, beim Einstieg habe ich die volle Position, das heißt, ich habe das volle Risiko. Wenn ich jetzt Teilverkäufe auf dem Weg nach oben mache, dann reduziere ich damit ja so ein bisschen meine Gewinnchance. Ich mache das nicht so sonderlich gravierend, aber ich nehme normalerweise von so einem Aufwärtstrend immer die Hälfte mit. Das ist so meine Strategie im Endeffekt. Man könnte jetzt natürlich auch übergehen, in so einen Aufwärtstrend, der läuft, immer wieder reinzukaufen. Die Erfahrung, die ich aber gemacht habe, ist, man weiß ja nie, wie weit diese Trends laufen. Und so ein Trend, wie jetzt dieser hier mit 486 Prozent, ist natürlich die absolute Ausnahme. Andererseits haben wir natürlich immer mal wieder Aktien. Ich nenne mal so Beispiele, vielleicht so eine Tesla, eine Alphabet, eine Meta. Wenn die erstmal laufen, weil sie so trendstark sind, dann laufen die halt häufiger sehr, sehr weit. Und das ist dann vielleicht der Moment, wo man überlegen könnte, hey, okay, da könnte ich doch vielleicht reingehen. Und genau dafür eignet sich jetzt, glaube ich, dieser Trendindikator. So, das heißt, ja, wie plane ich jetzt das Teil zu benutzen? Ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht so ganz genau, aber ich bin mal sehr auf eure Meinung gespannt. Also wenn du jetzt da eine Meinung zu hast, wenn du das Momentum vielleicht schon länger benutzt, also ich benutze das schon ewig, ja, aber noch nicht in der Detailtreue, sodass ich darauf meine eigenen Indikatoren entwickelt habe und so. Ich habe das immer als, ja, als Kenngröße genommen, aber halt nie wirklich so dafür zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal so Trends in den Griff zu kriegen. Und das wäre jetzt halt wirklich was, ja, wo ich halt mir durchaus einiges erhoffe draus. Gibt mir das viel mehr Informationen als die, die ich jetzt schon habe? Ehrlich gesagt, nein. Also meine Indikatoren, die ich jetzt schon habe mit dem mittelfristigen Trend und so weiter, die geben mir eigentlich schon die Informationen, die ich jetzt auch hier bekomme. Aber ich versuche halt gerade so ein bisschen so Korrelation zwischen den unterschiedlichen Indikatoren herauszufinden. Das heißt, mir geht es gerade darum, hey, ich habe jetzt ja hier zum Beispiel meine Standardeinstiegssignale, die ich jetzt schon seit Ewigkeiten benutze und hier unten meinen mittelfristigen Trend. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit dem Tempo, ja, kann man dann vielleicht, ich sage mal, so Einstiege, die jetzt hier so stattfinden, ja. Also du siehst ja schon hier, ne, zum Beispiel laufen die beiden, zum Beispiel gerade zufällig genau übereinander, die beiden Signale. Ist das dann jetzt ein stärkeres Signal oder nicht, ja? Das sind halt so Dinge, die ich mich halt gerade frage. Ja, oder jetzt hier zum Beispiel, hätte es halt auch geklappt. Ja, und hier hätten wir dann auch dort einen gehabt, der zusammenläuft. Hier übrigens auch, ja. Ist das jetzt Zufall? Ja, gibt es die immer an den gleichen Stellen oder nicht? Das sind jetzt alles so Dinge, die ich jetzt halt so nach und nach noch rausfinden muss. Ähm, und ja, also es gibt mir auf jeden Fall einen ganz guten Überblick darüber und es zeigt uns halt auch, wann ein Trend schwächer wird. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant, wenn wir uns das hier mal zum Beispiel angucken. Wenn wir hier diese Aufwärtsbewegung, die geht so bis hier und dann flaut die hier so ab. Und wir können halt hier sehen, dass wir hier im Tempo, dass sich das hier stark reduziert hat, ne? Seht ihr das hier? Dass hier diese Ausschläge immer geringer geworden sind. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass der Trend an Tempo gerade verliert, ja? Also bis hierhin. Und ich sag mal, wenn man dann rausgegangen wäre, wäre man ja auch nicht richtig falsch gelegen. Wäre jetzt auch nicht richtig richtig gewesen, aber so richtig falsch wäre man an der Stelle jetzt auch nicht gewesen. Und das ist jetzt halt einfach so ein bisschen der Punkt. Außerdem haben wir hier noch diesen Schnittpunkt von der Geraden, den ich jetzt auch schon festgestellt habe, dass der immer wieder wirklich ein sehr schöner Indikator für Entscheidungsmomente ist. Also für die Momente, wo der Graph oder der Chart von einer Aktie sich entscheidet, entweder nach oben oder nach unten zu gehen. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in das, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen. Es ist halt wichtig, dass du immer besser wirst, ja? Also wenn du jedes Mal ein bisschen besser wirst, bist du irgendwann halt so gut, dass du eigentlich besser bist als jeder andere. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und ich habe langsam so meine Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der in der Intensität sich mit Aktien beschäftigt hat wie ich. Wenn du so jemand bist, komm mal unbedingt zu mir in den Investmentclub, dass wir ein bisschen fachsimpeln und sprechen können. Und ja, ansonsten überleg doch mal, wie gesagt, Investmentclub, fokusinvestor.de. Da besprechen wir immer den aktuellen Markt und so, da begleite ich dich. Und vielleicht ist ja sogar meine Ausbildung und Betreuung was für dich. Also bis dahin, sehen wir uns im nächsten Video oder am liebsten am Donnerstag im Investmentclub. Mach's gut, ciao.